Bei drüben sind sie. Mal versuchen, ob ich den kriege. Nee, hier komme ich gar nicht rüber. Hoffentlich bin ich immer noch richtig. Hey, hab ich mich geführt, Mädel. Was ist das hier? Frauenarztstuhl. Ach nee, Friseur. Okay, die Sirene ist vorbei. Dann bin ich wohl richtig. Warte aber mal. Gibt es hier mehrere Wege? Oh, warte, ich mach mal Taschenlampe an, damit ihr auch was sehen könnt. Na, hier, Schublade. Guck an. Ja, Klebestreifen. Komm ich da hoch? Nee, leider komme ich da nicht hoch. Nee, jetzt bin ich da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wie soll man denn an D vorbeikommen, Mensch? Da ist nix drin. Oh, ich nehm' mal den Stein mit. Okay. Okay. Komm, beeil dich. Ich geh' mal wieder zurück hier. Oh. Oh. Shit. Komm, beeil dich. Okay, jetzt hat sich die Frage von irgendeiner Folge, ich weiß nicht, welche Folge das war. Ja, die erste oder zweite Folge. Ähm, ob die die Leichen sehen können. Also können sie die Leichen doch sehen. Noch einer tot. Sie sind noch hier. Weiter suchen. Ich will nicht da rumstablen. Da links hat er noch einer, ne? Wo ist der denn? Keine Munition hier. Den Stein werde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Der hat auch nix. Hier liegt ne Waffe. Ach man. Aber hier hinten war doch noch einer. Wo ist der denn? Guti, das war ja super gelöst. Nicht perfekt, wie ich es gerne wollte, aber... Aber es hat geklappt. Was ist das hier? Hier durch. Na los. Hä? Wo haben wir hier nicht eben? Achso, hier. Achso. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Hier sind wir. Hier durch. Ja, alles klar. Kommt die Animation ein bisschen... Oh, kann man hier reingehen? Cool. Hier hätte man sich auch verstecken können. Tess, hast du eine Ahnung wo lang? Es wird so anders. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Hmm, Kanalisation. Wir machen mal da... Oh, wir sehen da gar nichts. Na ja, sagen wir mal, es sieht aus, ne? Es regnet hier nicht. Ja, aber hier könnten... diese komischen... Typen hier sein. Weiß gar nicht, hat sie eigentlich auch eine Maske? Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Haha, die Taschenlampe geht ab und zu mal aus. Muss man mit J schütteln. Ist ja geil. Hoffentlich merke ich mir das alles mit J. Mhm, mhm, mhm. also ich muss sagen das habe ich ja eben gerade wieder mitgekriegt wo wir gekämpft haben also dass die armee da sag ich mal die nicht sehen kann obwohl die eigentlich genau vor einem her laufen fände ich jetzt ein bisschen blöd gemacht also ich sag mal da sollte sich die da sollte sich die kai auch schon so bewegen können und geiles fahrrad mitnehmen da sollte sich die kai auch schon so bewegen können ich hab mir hier lang gucken da sollte sich die kai auch schon so bewegen hier lang durch das rohr nee ich glaube wir kommen hier durch nee dann dann gehe ich erst dahin geht doch mal weg mit auch mich mädel steht doch nicht immer im weg dann gehe ich erst hier gucken sie ist wie kann man immer die tür aufmachen und wie ihr seht haben wir da ein schönes und dreimal munition ist es sicher nein sie sind noch da wir verschnaufen jetzt ganz kurz sie nach ob hier irgendwas brauchbares ist neulich ja was ja klar boss oh hier werkzeug und bohr geil können wir alles gebrauchen wir noch gucken halt hier war noch eine tür war ja klar aber wir gucken mal ganz kurz nein wo waren das noch mal wagen nee ach sieben war das nein ach mist wir haben ja noch mal nachgeguckt jetzt ich hab's vergessen nein naja ist egal guti dann würde ich sagen ab durch die kiste ab durch das rohr boah boah warte 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 verblut zusammen sie rufen uns zurück zurück zum wald weiter weiter warte 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 die weg 沒有 auf das Brett hier aber ja warte wie Sind die echt abgehauen? Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Wo ist jetzt der Tunnel hin? Nach hier. Und der ist bestimmt jetzt zu, ne? Da war ja klar. Wir machen mal halb lang. Cool, wie er seine Hände immer vor dem Regen hält. Also hier, äh, nicht vor dem Regen, sondern wenn's darunter tropft. Blumen? Ach, mit Tapp war das, genau. Fähigkeiten. Fähigkeiten. 35 hab ich, oder was? Lauschmodus Distanz. Heiltempo. Ich glaub, das mach ich erstmal nicht, oder? Habe ich jetzt 35 mit einer Blume eingesammelt? Das teste ich mal. Haben wir noch eine Blume irgendwo? Nee, oder? Ich hab jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viel ich schon hatte. Ob ich überhaupt schon was hatte? Nee, das mit dem Lauschangriff. Na ja, ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Lauschangriff. Ich hab's mal doch gemacht. Nein. Escape, äh, äh, Beck. Mal sehen. Na gut, nun weiß ich nicht, wie weit die jetzt weg gewesen wäre. Äh, ob ich die vorher gesehen hätte. Hätte ich mal testen sollen vorher. Jetzt bin ich wieder da. Naja, ich bin... Ach, Mensch, jetzt muss ich auch noch nach... Oh, ich dachte, hier liegen Menschen. Jetzt muss ich auch noch nach Blumaufschau halten. Ach, du ahnst das nicht. Äh, war ich jetzt unten eigentlich nur schon fertig? Ja, ne? Da hab ich geguckt. Ja, genau, da bin ich rumgegangen. Also, das Gewitter, das hört sich ja echt geil an. Wo seid ihr? Na gut, so weit sind sie jetzt nicht weg. Die kommen ja im Endeffekt hergeschissen. Ist hier noch irgendwas? Warte, ist hier ne Blume? Ne, leider nicht. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Meine Güte. Oh, hier ist so viel, aber... Kein Blümchen. Ja, doch, doch. Das ist schon weiter. Die waren nicht so weit sonst. Äh, sonst hat man da nicht so weit gesehen. Haltballlichten Zettel. Oh, oh. Okay. Die Straßen haben die ganz schön breit gemacht. Da muss man immer ganz schön... hier hin und her laufen. Oh, die komme ich nicht rüber. Oh, oh. Also, das hörte sich ja gerade an wie... Keine Ahnung. Waren halt eben diese... Ja, wie nennt man diese Viecher eigentlich? Sind das Zombies? Kann man die Dinger Zombies nennen? Hier ist doch ne Waffenkiste, oder was ist das hier? Oh, oh. Ja, aber... Ich bin da. Ist sogar nicht so weit. Ja, aber dann kann man hier anbreten.